hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von contract wars dieses mal wie man schon leicht im hintergrund hören kann mit musik mit der sksk war eine wie ich finde auch schon ziemlich gute waffe am anfang ist eigentlich so wie immer bin ich relativ schlecht bis zum ende werde ich meistens besser wie man natürlich auch typisch hier in diesem video sehen kann das mit der musik wird im übrigen für die weiteren videos voraussichtlich so bleiben wenn ich irgendwie die gamer was dagegen hat dürfte aber eigentlich nicht so sein und allgemein fand das gameplay ebenfalls ziemlich gut die kills waren wieder mal auch ziemlich gut die kd war mittelmäßig also zwei kd so im schnitt ja deswegen würde ich erstmal sagen viel spaß noch mit dem video so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.